Ich glaube, ich mache mal die Wege hier fertig. Hä? Wo ist das ganze Stein hin? Ich habe doch die ganze Nacht gefarmt! Was ist das da hinten? Warte mal. Hä? Markus, wieso benutzt du unser ganzes Stein? Ich habe gehört, der Wandering Skater kommt demnächst vorbei. Deshalb habe ich uns ein Skatepark gebaut. Hä? Ich sehe es, aber meinst du nicht Wandering Trader? Ne, ne. Ah, da ist er. Hä? Hä? Wer ist er denn? Hier, ich habe dir auch ein Skateboard gekauft. Was? Bitte, Mimi, bitte was? Seit dem neuesten Update ist das Skateboard die stärkste Waffe. Siehst du da hinten den Wart? Hä? Wo kommt der denn her? Ich muss nur einen Trick machen und dann ist er besiegt. Wie? Was? Wie hast du das denn gemacht? Komm, lass uns mal zur Halfpipe gehen. Halfpipe? Ey, yo. Ich gebe dir sogar meins. Einfach draufstellen und losfahren. Okay. Warte mal. Ist da Lava? Das heißt, der Halfpipe, deswegen habe ich nur zur Hälfte gebaut. Ups!